Wird die Welt vegan? Vegan oder wird sie nicht vegan? Ich bin Realist und kein Träumer, will ich hier vorweg schon mal sagen. Und ich sehe das sehr, sehr problematisch. Wenn ich sagen müsste, wenn ich mich für Ja oder Nein entscheiden müsste, würde ich sagen, nein, die Welt wird nicht vegan. Ich sehe auch im Jahr 2019, sehe ich die Welt immer noch nicht vegan, auch nicht mal 50% der Menschen, auch nicht in 100 Jahren. Weil ich einfach, ja, ich sehe bei den Menschen so eine unfassbare, unendliche Ignoranz, was das Thema Veganismus angeht. Und da ist einfach so ein unfassbarer Widerstand bei den Menschen. Ihr kennt das selber, ihr kennt auch nicht nur vom Internet, dieser ganze Hate, den man abkriegt als Veganer, sondern auch, wenn du irgendwie mit Menschen redest und dann verstehen die das und sagen, ja, das ist auch so. Und ihr kennt das, die bestätigen einen sogar, aber trotzdem werden die nicht vegan. Dann kommt dann, ich esse schon weniger Fleisch und so. Und vegan ist vielleicht zu extrem oder passt nicht in mein Leben. Oder man kann nur Gras essen oder diese ganzen Sachen. Und man erklärt es den Leuten und trotzdem, ja, vegan werden die nicht davon. Und von daher, es ist auch ein Kampf gegen Veganismus. Das ist das überhaupt das Allerschlimmste. Nicht, dass man hingeht und sagt, okay, lass die Veganer machen. Ich meine, die machen ja Gutes. Ist ja klar. Ja, weiß ja auch jeder. Nein, man geht hin und kämpft auch noch gegen die Veganer. Und das ist einfach, ich erlebe das so und so jeden Tag. Ja, ich bin Veganer, YouTuber. Ich wache jeden Tag morgens auf, gehe in die Kommentare rein. Da ist mein Mülleimer voll, dann gehe ich da drauf. Und dann sind da Beleidigungen und alles. So startet bei mir immer jeder Tag. Und über Nacht sammeln die sich halt an, weil ich nicht am Rechner bin. Und auf jeden Fall sehe ich das wirklich nicht, dass die Welt vegan wird. Ich sehe es wirklich nicht. Es kann sein, dass wir in irgendwie, jetzt haben wir ungefähr auf der Welt 1% Veganer ungefähr. Und ich würde sagen, ja, in vielleicht 100 Jahren werden es vielleicht 20% Veganer auf der Welt sein. Aber dann wird das auch schon das Maximum sein, versteht ihr? Ich denke nicht, dass das so einen Switch geben wird, dass komplett alle vegan gehen. Ich sehe sowas überhaupt nicht in keinem Bereich, dass irgendwas zu 100% auf alle Menschen zutrifft. Zum Beispiel 1920 haben die allermeisten Menschen auf der Welt geraucht, weil es gab keine Studien. Jeder hat geraucht. Man hat es gemocht. Man war auch süchtig davon und so. Dann kamen Studien und dann irgendwann, ne, wurde es immer weniger, immer weniger. Ja, aber, ja, raucht jetzt kein Mensch mehr auf der Welt? Jetzt sind, ja, 1920, das ist 99 Jahre her. Ja, raucht jetzt kein Mensch auf der Welt? Doch. Es rauchen immer noch sau viele Millionen und Abermillionen, wahrscheinlich 100 Millionen von Menschen auf der Welt rauchen immer noch. Ihr seht, das draußen geht raus. Ich gehe hier in den Wald spazieren. Ich gehe an Menschen vorbei, die rauchen im Wald. Ja, das versteht ihr, ich sehe nicht, dass, also 100% sowieso nicht. Es gibt die ganzen Ernährungsformen, Vegetarier, Pesco-Vegetarier, Veganer und so und es wird niemals eine Ernährungsform komplett die ganze Welt beherrschen. Jeder wird sich nach einer Ernährungsform ernähren. Sowas wird es niemals geben. Ihr seht, auf YouTube zum Beispiel sprießen die ganzen Kanäle aus dem Boden, wo die Menschen Carnivore-Diet machen, ja, von allen Ernährungsformen, die es gibt. Habe ich hier gerade das Bild, naja, habe ich eine Carnivore-Diet, seht ihr ganz, ganz links, die schlimmste Ernährung, die man sich überhaupt aussuchen kann. Man hat irgendwie 100 Ernährungsformen und eine ist die schlechteste, eine ist die beste und man nimmt ganz genau die schlechteste, ja, die allerschlechteste von allen 100 Ernährungsformen. Das ist schon, das muss man erstmal hinkriegen, sowas. Aber das ist natürlich, ja, so wie das nun mal ist, ne, und das ist ja jetzt voll am Trenden und alle reden darüber und alle machen das. Und, ne, was das für ein unendlicher, unfassbarer Schaden ist, ja, halt maximaler Schaden. Du kannst nicht mehr Schaden an Tieren, maximaler Schaden an Umwelt und maximaler Schaden an Menschen, ne, du kannst nicht mehr Schaden machen, ja, kann man einfach nicht mehr, weil das ist ja die extremste Form. Du gehst hin und sagst, ich esse nur noch Fleisch, ne, du machst ja, du förderst das ja, die Tierausbeutung und die Tierhaltung, ja, so Schaden an der Umwelt und Schaden an deinem eigenen Körper. Du isst nur noch Fleisch, ja, das ist so unfassbar absurd. Aber, ne, dann geht man auch hin und sagt am besten noch nur rohes Fleisch und am besten nur vergammeltes Fleisch und so, versteht ihr. Ihr kennt ja wahrscheinlich alles. Und auf jeden Fall, ganz genau deswegen, ja, denke ich nicht, dass die Welt irgendwann vegan wird. Ganz ehrlich, sehe ich auch nicht in 100 Jahren, sehe ich das nicht kommen. Und es kann schon sein, dass vielleicht irgendwann mal 10% der gesamten Weltbevölkerung sich vegan ernähren. Aber das wird dann wahrscheinlich auch nicht sein, dass irgendwie durch Aufklärung kommt das so, sondern es wird wahrscheinlich so sein, dass irgendwann die Regierungen eintreten werden, weil die Welt immer mehr kaputt geht. Guckt euch mal hier China an, mein Video über China, habt ihr das gesehen, wo die Regierung schon ausgerufen hat, Leute, hört auf Fleisch zu essen. Bei denen ist die Diabetesrate, Fleisch ist vollgestoffen mit Fett, Diabetes kriegt man von Fett, Typ 2. Und da ist die Diabetesrate irgendwie von 1% in der Bevölkerung auf 12 gestiegen, ja, also das ist so unfassbar absurd. Und so, also ein Grund wird sein, dass gesagt wird einfach, wegen der Gesundheit der Menschen müsst ihr aufhören, Tierprodukte zu essen. Und der zweite Grund ist halt die Umwelt. Es wird immer schlimmer auf dem Planeten, so wie Arnold Schwarzenegger in dem Video, wo der die Augen verbunden hat und die Welt geht unter. Da kennt ihr dieses Vegan-Video, wo der sich ausspricht gegen Fleischkonsum und hat es natürlich nicht wirklich zu Ende gedacht. Alles, es liegt nicht am Fleisch, sondern an den Tierprodukten, also auch deine Eier und alles, ne, und dein Fisch. Und auf jeden Fall werden das so zwei Gründe sein. Die Gesundheit der Menschen, da wird die Regierung eintreten müssen irgendwann, ne, auch von den Kosten her. Das wird kein Mensch mehr tragen können. Dann zahlst du dann irgendwann im Monat 1.000 Euro Krankenversicherung oder was. Und das geht ja dann irgendwann nicht mehr. Und Punkt Nummer zwei ist, ja, Umwelt. Und da wird dann irgendwas getan werden müssen, ja, wenn irgendwo, was steht in allen Zeitschriften und im Fernsehen und überall gesagt wird, hört auf Tierprodukte zu essen oder Fleisch zu essen, reduziert das, dann wird das ja auch passieren. Die Menschen tun ja immer das, was offiziell empfohlen wird. Und von daher kann es sein, dass irgendwann so 10 Prozent, wie ich denke, so 20 Prozent ist so das absolute Maximum, was ich mir vorstellen könnte, wenn wirklich die vegane Bewegung mega ins Rollen kommt und die Regierungen sprechen sich dagegen aus und Umweltschützer und alles. Und verstehst du, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man auf 20 Prozent kommt, so, aber höchstwahrscheinlich eher so 10 Prozent in 100 Jahren. Anders mehr kann ich mir da wirklich nicht vorstellen. Das ist natürlich ein absolutes Wunschdenken, dass man da irgendwie denkt, ja, 50 Prozent, habe ich schon gehört, so 50 Prozent aller Menschen werden so im Jahr 2050 oder so vegan sein. Ja, das ist für mich absolut nicht realistisch, ja, ich sehe den Widerstand gegen den Veganismus, ich sehe, wie unfassbar ignorant die Menschen sind, erwachsene Menschen auch vor allem, die, die alle unter 18 Jahren, da ist so und so, ne, da ist, da machen die so und so zu, weil das ist nicht cool und dann verlierst du deine Freunde und wirst gemobbt, gehänselt und diese ganzen Sachen, das ist so und so, da kann man überhaupt gar nichts machen, aber erwachsene Menschen, dass die hingehend gegen Veganismus kämpfen, ne, auch Low-Carb-Szene oder sowas, ja, das ist, ja, vor allem die Low-Carb-Szene und diese ganzen, ja, Karnivodeid und alles, das ist am Wachsen, ja, das ist nicht am Fallen, das ist am Wachsen, diese ganze Bewegung und, ähm, von daher, ja, sehe ich das einfach nicht, ne, ich sehe das einfach nicht, dass da wirklich so eine, da müsste so eine unfassbare Bewegung kommen, es könnte passieren, wenn sich, äh, berühmte Menschen dafür einsetzen würden, ja, verschiedene Stars und wenn die wirklich anfangen würden, das zu promoten, nicht nur sagen, in einem Interview, ja, ich bin Veganer oder sowas, sondern wirklich die Reichweite nutzen, um es zu promoten, sowie auch, äh, ja, so kleinere Stars, sag ich mal, sowas wie Unge, Kollegah und so, solche Leute, die jetzt nicht international bekannt sind, aber trotzdem eine Mega-Reichweite haben, Millionen von Abonnenten und Rezo und diese ganzen Leute, ne, aber die reden nicht über Veganismus, die sind Veganer und der Kollegah nicht, aber Unge und Rezo zum Beispiel, aber reden nicht über Veganismus und promoten das halt nicht, ne, das ist, äh, absolut unbegreiflich, aber, well, ja, jeder macht, äh, was er möchte. Von daher, Leute, das ist meine Meinung dazu, ich sehe die Welt, äh, nicht vegan werden, die einzige, äh, es gibt so eine Theorie, die ich in meinem Kopf habe, die, äh, Hoffnung da lässt, dass es tatsächlich, dass die Welt, sagen wir, 80% der Welt vegan wird und zwar ist diese Hoffnung ein Gefühl, im Körper ein Gefühl und zwar ist das, äh, halt, Empathie, okay, wenn, ähm, Empathie hat normalerweise jeder Mensch, wenn du geboren wirst, dann, wenn man einem, ein Kind, ein Apfel hinlegt und ein Hasen, dann versucht er, den Apfel zu essen, mit dem Hasen zu spielen und das wird hier abtrainiert, wird hier trainiert, ich habe ein Video drüber gemacht, wo habe, wo ich euch zig kleine Videos verlinkt habe, wo die Mütter dann sagen, du sollst Tiere essen, ja, die sitzen vor dem Kind und sagen, du musst Tiere essen, das ist ganz normal, isst doch die Tiere, du brauchst Protein, sagt die Mutter zum Kind, deswegen musst du Tier, diese Kadaver jetzt essen, verstehst du, weil das ist normal, das machen wir alle und so wird dem Kind die Empathie abtrainiert und das Kind wird zu einem Soziopath, so halt, das, ne, das ist normal, wie es in der Gesellschaft nun mal ist und auf jeden Fall, äh, das Einzige, den einzigen Hoffnungsschimmer, den ich habe, ist, dass die Menschen in der Lage sind, Empathie zurückzufinden, wenn sie erwachsen sind, ja, dass da irgendwas, irgendwas tief drin im Herzen ist, was irgendwie sagt, ja, warte mal, ah, ich ernähre mich jetzt so wie jeder andere und damals hat der Veganer das gesagt und, ja, das hört sich irgendwie so richtig an, so, ja, man soll sich von Pflanzen ernähren, ich habe schon immer gehört, das mit den Tierprodukten ist irgendwie schädlich, man hört immer wieder irgendwas von dieser Schädlichkeit, aber Pflanzen hört man nie irgendwas von Schädlichkeit und das ergibt irgendwie alles so Sinn, alle empfehlen immer drei am Tag, ja, dreimal Obst am Tag, fünf Obst am Tag oder Gemüse, ja, neun am Tag ist es angestiegen und verstehst du, irgendwie neigt man so als Mensch vielleicht doch zum Licht, ja, zum, zum, zu diesem bunten, zu diesem bunten Nahrungsmittel, zu diesem bunten und auf der anderen Seite ist halt das düstere, dunkel, ja, Fleisch, Kadaver, Tod, Leid, das alles. Und der Mensch, dass der so ein bisschen doch dazu neigt, in diese Richtung zu gehen, so ein bisschen Empathie entwickelt, weil das sehe ich ja auch tatsächlich, wenn man mit Menschen redet und du erklärst ihnen das, ja, aber du machst ja Tierleid, du bezahlst ja für Gewalt und dann sagen die, ja, das ist ja richtig und daran siehst du, dass da tatsächlich irgendwo tief irgendwas ist, ne, irgend so ein kleines, so ein Funken ist da, der, ja, den Mensch doch irgendwie auf diese Seite hier zieht, zum Guten hin, okay. Und das wäre mein einziger Hoffnungsschimmer, falls es wirklich sowas gibt und die Menschen tatsächlich irgendwann, es wird, jeder hat schon mal das Wort vegan gehört, ja, es wird überall darüber geredet und in den Geschäften sind die ganzen veganen Produkte und wenn die Menschen tatsächlich, wenn sich dieses Gefühl umdreht langsam in dieses Empathievolle, ja, weg vom Soziopathen, mehr hin zur Empathie, dann könnte es schon sein, dass tatsächlich irgendwann wirklich so ne, so ne Megalawine in der Welt losbricht, ne, weil die Menschen einfach merken, ja, das ist doch das Richtige, okay, das ist schon, ja, vielleicht ist das doch das Richtige und nicht das. Ja, alle erzählen mir, ich muss Tierprodukte essen und so und dann findet man heraus, aber das ist das Problem, wie willst du allen Menschen das erzählen, wie willst du jedem Menschen erzählen und du brauchst dieses Protein nicht, da ist nur Schädliches drin, Krankheiten kommen davon, ja, wie willst du das jedem Menschen auf der Welt erzählen, verstehst du, es gibt die allermeisten Menschen, die interessiert das einfach nicht, die leben ihr Leben, das ist auch noch so ein Punkt, ne, das interessiert die Menschen einfach nicht, Ernährung interessiert Menschen nicht und deswegen sehe ich da auch keine Veränderung, keine großartige. Das ist einfach so, wir jetzt hier in dem veganen Kreis natürlich, wir beschäftigen uns damit, für uns das ist alles ganz normal und so, aber die allermeisten Menschen, die juckt das sowas von überhaupt nicht, die essen ihr Essen und denken sich, ah, lass mich doch in Ruhe, es gibt nur ein Leben, ich will jetzt leben und ich will jetzt nicht drüber nachdenken und halt diese Scheiß-Egal-Mentalität, ne, und den Menschen, vielen Menschen geht's auch schon schlecht, verstehst du, und die wollen jetzt auch noch nicht noch auf irgendwas verzichten müssen, ja, auf Kadaver verzichten, also ich verzichte gerne, ich verzichte auch gerne auf Zigaretten und auf jeden Fall, ja, das ist so, verstehst du das, du müsstest mit jeder einzelnen Person auf der Welt reden, verstehst du, es gibt wahrscheinlich ganze Länder, wo Veganismus so, da ist kein Mensch vegan, das ist, das interessiert überhaupt niemanden, verstehst du, hier, wir Deutschland, wir sind so entwickelt, aber es gibt ganz andere Länder, da ist alles, da ist das, alles so völlig irrelevant, und da wird doch niemals irgendwie, vielleicht in 100 Jahren wird da 1% vegan sein, und das ist einfach, da kann man einfach nichts machen, versteht ihr, das ist, Ernährung interessiert den Menschen einfach nicht, weil mit Ernährung nimmst du den Menschen etwas weg, ja, und das kann er nicht haben, Ernährung, Veganismus bedeutet Veränderung, du musst etwas verändern, Veränderung mögen die Menschen nicht, ja, die klammern sich an Gewohnheiten, an Gewohntes, und von daher sehe ich da wirklich mega, mega, sehe ich die ganze Situation so mega, mega problematisch, natürlich, vor allem diese Empathiesache, sehe ich zum Beispiel, dass da wirklich im Menschen irgendwas sein könnte, sehe ich zum Beispiel an der Sache mit diesen ganzen Moral- und Ethik-Youtubern, zum Beispiel, wie heißt der nochmal, Joey Carpstrong, Earthling-Ad, diese zwei zum Beispiel, die sind ja mega am Brennen, guckt euch mal an, wie viel Earthling-Ad, wie viele Patreons der hat, das ist unfassbar, wie der supportet wird, was der da für, ne, für Unterstützung kriegt, monetäre Unterstützung von seinen Fans, das ist, der hat einen Zulauf, das ist unfassbar, der hat ja auch mal diesen veganen Vortrag gemacht, 30 Minuten lang habe ich ein Video darüber gemacht, ja, Millionen Aufrufe auf dem Video, und, ja, die haben einfach so einen Zulauf, weil diese Videos von denen werden verschickt, ne, und da wird halt Moral und Ethik diskutiert, und warum man Tiere nicht töten soll und essen soll und ausbeuten soll, und die Menschen überlegen sich und denken sich, ja, der hat ja eigentlich voll recht, ja, da ist meistens irgendwie so ein Omnivor gegen halt den Ethik-Moral-Vegan-Youtuber, und das gucken die Leute und die sagen, ja, irgendwie hat der Recht, der Veganer, ne, jedes Argument zerschmettert der Veganer einfach, ne, und das ist, man merkt ja einfach, man merkt jeder Mensch auf dem Planeten, wenn er so ein Video sieht, merkt er, wer Recht hat und wer nicht, ja, der Fleisch hat gesagt, ja, aber wir haben schon immer Fleisch gegessen, und der Veganer widerlegt das, und man denkt sich, ja, der Veganer hat eigentlich immer recht, ne, der hat immer recht, und das ist so, ah, und deswegen zieht es einen wieder auf diese Seite, auf diese Pflanzen, ja, alles natürlich bunt, das, was dein Auge anzieht, ne, deswegen siehst du in Farben, weil du dich zu diesen Farben hingezogen fühlst, und nicht zu diesem Elend, ja, weiß und rot, ja, zwei Farben hast du da, und da hast du alle Farben, die es gibt, und von daher, ne, man sieht schon so einen Zulauf und dass die Menschen sich tatsächlich auch ändern können, aber es ist alles so, so schwer und auch alles sehr, sehr langsam, und ich sehe da die Welt nicht vegan werden, leider, leider, leider nicht, wenn wenigstens der Hass aufhören würde gegen Veganer, ne, also, dass Leute sich einfach sagen, ja, macht, was ihr wollt, ne, und jeder lebt sein Leben, so, und, ne, wenn wir wenigstens an so einem Punkt wären, aber wir sind an einem Punkt, wo der Hass eigentlich gegen Veganismus immer größer wird, und, ja, das ist, äh, das ist einfach die Realität, wie ich das sehe, Leute, und, ähm, schreibt mir in die Kommentare, was denkt ihr, kann die Welt vegan werden, also, ich denke, wir sind uns alle einig, 100% wird es niemals geben, es wird niemals irgendwas 100%iges geben, es wird niemals 100% aller Menschen nicht Raucher sein, ja, nicht mal in 1000 Jahren wird es sowas geben, weil Menschen sind einfach, verstehst du auch diese Sache, diese Komponente, Menschen wissen, dass Rauchen ungesund ist, und rauchen weiter, Menschen werden irgendwann wissen, dass Tierprodukte ungesund sind, und die werden es trotzdem weiter essen, verstehst du, deswegen, ne, ich sehe die Welt nicht vegan werden, weil die Menschen einfach so eine scheißegal-Mentalität haben, ja, dann kriege ich halt Krebs, mir doch egal, erwachsene Menschen sagen sowas, ne, erwachsene Menschen, und dann gibt es Menschen, die kriegen irgendwie von Rauchen Lungenkrebs und rauchen weiter, verstehst du, und deswegen, ne, die Menschen sind so, ich weiß nicht, was es ist, ne, also, deswegen, und die allermeisten sind so, und das ist das Problem, und von daher, ja, sehe ich leider keine vegane Welt, schreibt mir in die Kommentare, was denkt ihr, vegane Welt, ja oder nein, sehr, sehr schwieriges Thema, aber natürlich sind wir am Wachsen, das ist ganz klar, weil das einfach so unfassbar offensichtlich ist alles, ne, vor allem der gesundheitliche Aspekt, Moral und Ethik, so und so, da kann man ja gegen einen Veganen nicht diskutieren, verstehst du, da kann man ja einfach nicht diskutieren, du kannst einfach immer sagen, was ist mit den Tieren, verstehst du, und dagegen kannst du einfach nichts sagen, es sei denn, du fängst an, irgendwelche Sachen zu erfinden, zum Beispiel, nicht mehr Tiere, sondern Nutztiere, das ist was anderes, ja, und dann erklärst du dir mal, dass dieses Andere ist völlig subjektiv, ne, bei anderen, bei in manchen Ländern sind es die Hunde oder Katzen sind was anderes, die Nutztiere, verstehst du, und dass das einfach willkürlich von Menschen auferlegt ist, und, ja, Moral und Ethik kann man überhaupt nicht diskutieren gegen Veganer, und sieht man ja an, Earthling, Ed und Joel, Carbstrong, deswegen haben die wahrscheinlich auch so einen Zulauf, ne, weil die auf dieser einen Schiene immer fahren, nicht Studien oder Ernährung oder sowas, sondern auf dieser einen Schiene fahren, und da gibt es nichts zu sagen, wenn Menschen sowas sehen, springen die auf und denken, ja, stimmt, die haben ja absolut recht. Von daher, Leute, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, und guckt ein weiteres Video. Peace.